Ich bin wieder zur Sprechstunde mit der Zuckertante. Wieder dasselbe wie die letzten Tage. Wenn Sie mögen, rufen Sie an. Dann sprechen wir live gerne über Ihren Diabetes. Ich habe für alle Fälle meinen Laptop dabei. Ich habe mein schlaues, schönes Buch dabei. Mit Fulschschreiber, damit ich mal was notieren kann, wenn das nötig sein sollte. Und wenn Sie persönlich irgendeine Frage zu Diabetes haben, dann rufen Sie an und wir reden darüber. Wenn das heute keiner machen will oder erst ein bisschen später, dann erzähle ich Ihnen wieder, so wie alle Tage, was heute an Anfragen reingekommen ist. Und heute habe ich wirklich lachen müssen, weil eine ganz ähnliche Frage gekommen ist, allerdings über Tabletten, wie die, die wir gestern hatten, wo die eine Dame angerufen hat, die erzählt hat, wie sie da Insulin gespritzt hat und nicht dazu gekommen ist, ihr Frühstück zu essen und wie schwierig das geworden ist. Und heute war das ein Mail, ich darf es erzählen, das haben wir schon geklärt per Mail, von einer Frau, die auf Tabletten gut eingestellt ist und die ein Dermikrone in der Früh dabei hat und ein Janu-Mail. Und die schreibt, seit sie zu Hause ist und seit der schlimme Stress, den sie im Beruf hatte. Sie ist Lehrerin, das darf ich auch sagen, in einem sehr, sehr schwierigen Setting, in einer sehr schwierigen Schule. Sie macht es offensichtlich mit viel Begeisterung und auch mit wirklich unglaublichen Erfolgen. Aber da geht halt viel Stress hinein. Und sie schreibt, sie ist jetzt halt die zweite oder dritte Woche jetzt schon zu Hause und ihre Zuckerwerte werden immer tiefer. Die ersten Tage war sie einfach nur erschöpft, jetzt ist sie teilweise mit ihren Schülern online in Kontakt. Und dann fragt sie und sagt, ja, sie hat oft vor dem Mittagessen nur mehr 65, 70 Blutzung und irgendwie ist das ein komisches Gefühl. Und sie fühlt sich nicht gut und unruhig und kribbelig im Magen, aber noch nicht wirklich schlecht. Und dann schreibt sie, soll ich nicht diese große Tablette weglassen, das Janu-Mail? Und sie nimmt in der Früh ein Janu-Mail und eins am Abend und eine Tablette die Amikron. Und die Janu-Mail-Tabletten, die sind so groß, die sind so groß, wie sonst nur Antibiotika sind, und daran erkennt man, dass in der Tablette ein Metformin drinnen ist, weil Metformin-Tabletten sind immer groß. Und im Janu-Mail, wie auch der Name schon sagt, ist drinnen das Metformin, das älteste, wahrscheinlich auch das wichtigste Diabetes-Medikament, das wir haben, und das Janu-Mail, ein sogenannter DPP-4-Hemmer. Und zusätzlich nimmt sie noch eine ganz kleine weiße Tablette und das ist das Dermikron, das Kliklozid. Nur, die kleine Tablette, das ist ein sogenannter Suf-Mail-Harnstoff, egal, das ist eine von den ganz wenigen Tabletten, die wirklich zur Bauchspecheldröse hinschwimmt und jene Zellen, die das Insulin produzieren, anregt, mehr Insulin zu machen. Und wenn ihr der Zucker zu tief geht, dann kann nur die kleine Tablette dran schuld sein. Weil das ist die, die den Insulinspiegel erhöht und das ist die, die Unterzuckerung und Hypos auslösen kann. Und ich habe dann gefragt, was sie zum Frühstück ist, und da ist sie noch dazu umgestiegen von zwei, drei Broten, schnell, schnell, mit Butter und oft auf Marmelade, auf ein langsames Müsli, das ist also ein zuckerfreies Müsli, das eher langsam ins Blut geht, und eine halbe Stunde, Stunde nach dem Frühstück ist ja schlecht geworden, und war sie eben zu tief mit dem Zucker und dann vor dem Mittagessen noch einmal. Und ich habe ihr halt dann zurückgeschrieben, sie soll einmal versuchen, die kleine Tablette weglassen, ihren Zucker gut kontrollieren, und sie hat zurückgeschrieben, das ist aber schade, sie wäre so gerne die große losgeworden. Okay, ich sehe, dass uns schon fast zehn Leute zuschauen. Wenn sie mit mir reden wollen über Diabetes, rufen sie an, und wir reden über ihren Diabetes, die Nummer steht oben, mein Handy ist eingeschaltet. Ich hoffe, die Weiterleitung funktioniert. Mit der Weiterleitung der Nummer, und zwar die Nummer, die Sie anrufen, die verwende ich nur für diese Videotelefonsprechstunden, und die wird weitergeleitet auf mein Handy, meistens. Beim ersten Mal hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Wenn jemand mit mir reden will und die Nummer wählt, die da oberhalb des Postings steht, und es funktioniert nicht, Sie kommen entweder auf meine Mailbox, das ist mir auch schon passiert, oder Sie kriegen ein komisches Besetzzeichen, dann schreiben Sie mir das unten rein. Ich sehe, was Sie als Kommentar schreiben. Genau, ich sehe auch zwei bekannte Gesichter schon, die zuschauen. Ich kann sogar, ach, das ist ja geil, ich kann sogar am Computer mitschauen. Das ist ja nicht schlecht. Ich kann auch da ein bisschen schauen. Also, wenn jemand anrufen will, dann tun Sie das. Und ich würde mich freuen, mit Ihnen einfach live und spontan über irgendeine Diabetesfrage zu sprechen, die Ihnen jetzt gerade durch den Kopf schießt, oder die Sie vielleicht schon ein bisschen länger bedrückt. Okay, ich warte darauf, dass es bimmelt, und spreche inzwischen weiter, und habe eben dieser Dame sagen müssen, naja, wenn Sie mit dem Zucker zu tief gehen, am Vormittag, nach dem Frühstück, und dann noch einmal vor dem Mittagessen, und Sie haben aber bei Ihren Medikamenten eine Tablette dabei, die aktiv den Zucker senkt, und von der wir wissen, dass sie Hypos auslösen kann, Unterzuckerungen, dann müssen Sie leider diese Tablette reduzieren. Das sind ja nur mehr ganz wenige. Die meisten Medikamente, die heute am Anfang zumindest Typ 2 Diabetikern verschrieben werden, sind fast immer, Betonung liegt auf fast, Tabletten, die keine Unterzuckerungen auslösen können. Nun, wir werden sehen, wie es weitergeht. Es kann sein, dass es ein bisschen radikal war, ihr gleich die ganze Tablette wegzunehmen. Vielleicht ist es dann der Mittelweg das Richtige, dass sie eine halbe nimmt zum Frühstück, und nicht eine ganze, aber das werden wir sehen. Und bevor sie jetzt in den nächsten Tagen wieder ihre Unterzuckerungen hat am Vormittag, ist es mir doch viel, viel lieber, wenn sie vielleicht ein paar Tage etwas höhere Werte hat, wir bleiben in Kontakt, und dann vielleicht wieder zurückgeht und die halbe Tablette nimmt. Jetzt sind wir schon weit über 10 Leute, leider, und keiner von euch hat eine Frage und traut sich anrufen. Probieren Sie es noch einmal. Nehmen Sie sich ein Herz, rufen Sie die Nummer an, die oben steht. Die letzten zwei Tage haben Sie mehrere Anrufe gegeben. Gestern war eine ganz besondere Geschichte auch dabei, aber eigentlich ist ja jede Geschichte ganz besonders. Und jetzt sind wir schon fast 20. Also ich packe es ja nicht. Alle schauen nur, und keiner traut sich, und warten, ob sich ein anderer traut. Na, schauen wir mal weiter. Was ich an der Geschichte so spannend finde, ist jetzt nicht unbedingt, dass jemand auf der Diamekron einmal hypernahe wird. Das soll ja vorkommen. Was ich aber schon interessant finde, ist, dass es in der Situation passiert, wo wir eigentlich eher mehr damit rechnen, dass Zuckerwerte raufgehen, unter der Belastung, unter dem Stress. In der Zeit, in der wir leben, mit der Sorge wegen Corona, wegen Anstellungen, gut, als Lehrer braucht man sich keine Sorgen machen um die Stelle. Das ist natürlich ganz, ganz viel wert. Trotzdem finde ich es wirklich erstaunlich, wie stark man bei manchen Menschen merkt, wenn der berufliche Stress wegfällt, wie gut das den Zucker tut. Und das ist vielleicht auch einmal ein Grund, wenn es bei einem anderen auch so ist, einer anderen, dass man sich das einmal überlegt, warum das eigentlich so ist. Und warum man nur um ein paar Tage weg ist von der Arbeit schon wesentlich schönere Werte hat. Das ist durchaus einmal in ein bis zwei Runden nachdenken wert. Ja, das war das eine E-Mail, das ich heute bekommen habe, von dem ich Ihnen berichten wollte. Noch immer ruft keiner an. Ich habe mein Handy in der Hand, Leute, wenn irgendwer ein Problem hat, eine Frage hat zu Diabetes, es kann auch etwas ganz weit hergeholtes sein. Wenn ich mich nicht auskenne, sage ich sie. Das kommt immer wieder vor. Ich habe ja in früheren Zeiten eine, es war meine letzte Station in der Arbeit, vor der jetzigen, habe ich eine Ordination gehabt mit allen Kassen, als Hausärztin im Süden von Wien, mit Schwerpunkt Diabetes. Und ich habe sicher in jeder Ordination mindestens einmal frisch herausgesagt, das weiß ich nicht. Wenn Leute mit Fragen gekommen sind, oder mit Anliegen, die ich halt einfach nicht gewusst habe. Das Gebiet der Medizin ist riesengroß und als Hausarzt ist es keine Schande, wenn man irgendwas nicht weiß. Und wenn man danach ehrlich dazu sagt, entweder ich gehe nachlesen, ich schaue es mir an, oder ich weiß, wohin ich es weiterschicke. Und auch beim Diabetes gibt es inzwischen so viel zu wissen, und gerade beim Typ 2 Diabetes mit den verschiedenen Medikamenten. Also trauen Sie sich ruhig anrufen, trauen Sie sich auch nicht herauszufordern, ich habe überhaupt kein Problem damit, einmal zu sagen, dass ich irgendetwas nicht weiß. Bevor ich da in der Ordination war, in der Kassenordination, für die, die mich noch nicht kennen, habe ich nach meinem Turnus, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, praktische Ärztin, habe ich begonnen, im Krankenhaus Leins damals zu arbeiten. Das heißt ja jetzt nach dem Skandal, bei dem ich auch mitten dabei war, Krankenhaus Hitzing. Und war dort unglaublich gern auf der Stoffwechsel- oder Diabetes-Station, und vor allem aus einem Grund, weil mir so gefallen hat, dieser offene Umgang der Ärzte mit ihren Patienten. Damals war es noch auf den anderen internen überhaupt nicht selbstverständlich, dass man zum Beispiel Diagnosen mitteilt, dass man den Leuten sagen, was sie überhaupt haben. Und das war teilweise sehr, sehr schlimm. Wenn da herumgeeiert worden ist, und dann hat es entweder der Patient gewusst, oder die Angehörigen, und der eine hat es dem anderen nicht sagen dürfen. Es waren schlimme Situationen, und wir Jungen waren also sehr auf der Schiene, und haben uns sehr bemüht, mit den Leuten zu reden, aufzuklären. Ja, und auf der Stoffwechsel-Station war einfach alles ganz anders. Weil sie können einfach einem Diabetiker nicht nicht sagen, dass er Diabetes hat. Das funktioniert nicht. Und da man über diese wichtigste Krankheit dort auf der Station so offen geredet hat, hat man das auch mit den anderen Krankheiten. Da war einfach viel mehr Gespräch mit den Patienten, viel mehr Offenheit, und deshalb war ich, glaube ich, so gern dort. Ja, und wie ich dann mit dem Turnus fertig war, war ich kurz im Pflegeheim, habe den allerersten Pflegehelferkurs in Österreich mit aufgebaut, Skriptum geschrieben, unterrichtet, geprüft, war eine tolle Sache. Eine tolle, tolle Sache. Da haben wir die ersten Pflegehelfer überhaupt ausgebildet. Und dann ist der Anruf gekommen, ob ich als Dauersekundarärztin, hat das geheißen, als eine praktische Ärztin, die keine Fachärztin ist, in die Diabetesambulanz kommen möchte. Und die Idee damals war, Sie kennen das wahrscheinlich viele in den Ambulanzen, dass da immer andere Ärzte waren. Und ich war halt dann die, die immer da war. Und jetzt bimmelt's. Ich bin begeistert. Also, ich schaue mal, wer das ist. Bussanik? Sie wissen, dass Sie bei uns in der Sendung sind, auf Video auf Facebook. Ja, Sie sind noch nicht live, weil ich frage Ihnen zuerst, ob er einverstanden ist. Sie wissen, dass Sie live gehen. Ich drücke jetzt auf den Knopf und schalte Sie auf laut. Wenn es bei Ihnen zum Pfeifen anfängt, dann müssen Sie Internet abtreiben, weil manchmal spielt es dann Echo und spielt Bänk, 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 Bänk. Wir werden sehen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Okay, ich gehe auf live. So, ich habe Sie. Jetzt kann Sie jeder hören. Ja, bei mir pfeift es nicht, es funktioniert. Herr Frau Hagel. Frau Dr., aus Ihrer Erfahrung heraus, ich nehme zweimal am Tag Signadi, die Tausender, und habe jetzt seit drei, vier Wochen, aber das Signadi nehme ich jetzt schon seit zwei Jahren. Zwölf, fünf mit tausend. Und ich habe immense, immense Verdauungsprobleme mit dem Magen, also Todbrenner, Schmerzen, denke ich an unsäufigem Zusammenhang. Seit drei bis vier Wochen haben Sie das Problem mit dem Magen. Ja, genau. Ich war jetzt schon beim praktischen Arzt. Und der hat Ihnen eine Pantoprazol aufgeschrieben? Genau, eine Pantoprazol. Und jetzt noch was dazu, weil dieses Todbrennen überhaupt nicht weggegeben. Und jetzt bin ich schon am überlegen gewesen, ob das von der Medikation kommen kann. Ich habe aber jetzt nichts geändert bei den Zuckertabletten. Egal, was ich isse, egal, ob ich Oberflogen-Diät mache oder nicht. Okay. Wie lange haben Sie denn das Signadi schon genommen? Zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre. Und dann war überhaupt nie ein Problem, auch am Anfang nicht? Am Anfang waren natürlich diese Pilze da, also im Intimbereich. Und das ist auch schön weggegangen. Das war eine Einschleifzeit von drei Wochen ungefähr. Und das hat sich eingependelt. Die Tabletten sind, die wirken gut auf meinen Blutzuckerspiegel. Und ich finde auch, dass es weniger Nebenwirkungen hat, als nur Metformin, was ich vorher gehabt habe. Das ist lustig, weil es ist ja Metformin drinnen bei Ihnen. Ja, ja, ist drinnen. Aber ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Nein, nein, das gibt es immer wieder. Es gibt es auch, auch wenn man nur Metformin nimmt. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist manchmal so, dass man das Metformin von der einen Firma verträgt und von der anderen nicht. Und wir sagen immer, das ist mehr oder weniger Einbildung, aber es ist so häufig. Und ich meine, wenn es für Sie so ist, dann ist es für Sie so. Ich meine, ich spüre Ihren Körper nicht und wenn Ihr Körper das so sagt, dann ist das bei Ihnen so. Punkt, aus. Ja, die Geschichte mit dem Sodbrennen. Also zuerst einmal für alle, die zuschauen, die Anruferin nimmt Syngiadi. Sonst nehmen Sie uns auch noch was für einen Zucker? Ah, ja, das ist eine Chenta. Eine Chenta. Chenta, fünf Milliläher. Eine Chenta, fünf. Das ist eine tolle, moderne Kombination. Das heißt, sie hat eigentlich drei orale Antidiabetiker, also drei verschiedene Tabletten. Aber ihr kann zum Beispiel das nicht passieren, was der Dame aus dem vorigen Beispiel passiert ist, weil sie kein Dermikron oder was Ähnliches dabei hat, was aktiv den Zucker senkt und Unterzuckerungen auslöst. Genau. Es wäre natürlich eine interessante Frage, warum glauben Sie dann, dass es gerade das Syngiadi ist und nicht zum Beispiel das Trahenta? Hm. Ich weiß es nicht. Ich meine nur für die Erfahrung heraus, ob es vermehrt so momentan Probleme gibt. Nein, macht es nicht. Macht es nicht. Aber natürlich stehen, blem es noch kurz dran, so einfach ist es auch wieder nicht. Natürlich stehen, Sie werden es gelesen, haben die Magen-Darm-Probleme im Beipackzettel. Weil wenn man so präumtig, dann geht man als erstes Beipackzettel lesen. Es steht beim Trahenta auch drin, aber für Dezenter, soweit ich weiß. Nehmen Sie noch andere Tabletten? Ja, Blutdruck und Cholesterin natürlich. Und da ist auch alles gleich geblieben in der letzten Zeit? Da ist nichts verändert, nicht einmal die Marken nichts verändert. Nein, also der Anbieter ist der gleiche. Ja. Und das ist, ja, wie gesagt, vielleicht kann es dann auch noch ein leiser Herrnie sein. Ich habe ja schon gar einen Termin gehabt beim Gastroenterologen, nur da ist abgesagt worden durch die Corona-Aktion. Sie haben eine Zwerchfellhernie wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es ja eine Zwerchfellhernie sein, weil das so spontan kommt. Und das haben Sie noch nie vorher gehabt? Nein, so stark noch nie. So stark noch nie? Okay. Nein, so stark noch nie. Sodbrennen war schon immer wieder ein Thema und da habe ich dann irgendwie immer den Verdacht gehabt, dass es eben von der Medikation kommen könnte. Und nein, aber ich habe jetzt einen Blutbefund gekriegt noch vorher und da war eine Talibase-Wert eben bei 62. Und da haben wir gedacht, hoffentlich hat die Bauchspeicheldrüse so nicht das gilt. Ja, kontrollieren Sie das dann noch einmal? Ja, ich gehe jetzt, wie gesagt, am Dienstag zum Ultraschall von Galli und Leder und Bauchspeicheldrüse sofern man was sieht. Bauchspeicheldrüse sieht man nur, wenn sie sehr, sehr schlank sind, gescheit. Genau, sehr, sehr schlank sind. Okay, dann wäre man wahrscheinlich sehr billig. Normal. Normalgewichtiger ist ja auch schon was. Okay, ich möchte jetzt einmal kurz auf das Signadi noch eingehen, weil mit der Frage sind Sie angestiegen und dann reden wir noch über das Sobbrennen, weil daher einfach jetzt wirklich schon viele zuschauen, wie ich gerade sehe. Also, Signadi, das Medikament, um das es hier geht, ist ein Kombipräparat. Kombipräparate erkennt man immer daran, dass zwei Ziffern beim Namen stehen. Da ist meistens eine Ziffer, dann eine Schrägstrich, dann die zweite Ziffer. Und die zweite Ziffer ist nicht immer, aber mehr als zwei Drittel der Fall, entweder 850 oder 1000. Und dann ist das ein Metformin. Das sind große Tabletten und da ist der eine Anteil, das Metformin, das ja der Standard und das erste Medikament überhaupt ist, dass jeder die zwei Diabetiker bekommen sollte, als erstes, wenn es keine Gegenanzeigen gibt, wenn es keine Gründe gibt, dass genau der eine, die eine es nicht bekommen soll, da muss man halt ein bisschen schauen. Aber an sich ist es immer der Standard zum Anfangen. Und im Syniadi ist noch ein, da ruft noch wer an, aber wir machen es erst fertig. Im Syniadi ist noch ein zweites Medikament drinnen und zwar das Yadians, das Empaclifozin. Das ist das letzte, das auf den Markt gekommen ist oder eines der letzten, die auf den Markt gekommen sind, aber jetzt auch schon ein paar Jahre da ist. Und das ist etwas unheimlich Spannendes. Das ist ein Medikament, das bewirkt, dass wenn der Zucker etwas höher wird, dass vermehrt mit dem Harrenzucker ausgeschieden wird. Das ist jetzt nicht so rasend sensationell, denkt man sich einmal. Aber das Lustige oder das Teuernde an dem Medikament ist, erstens, dass es so gut wie nicht interagiert mit anderen Medikamenten, dass es selten Nebenwirkungen macht, wie die Rehmatan noch gleich, und dass es aber vor allem einen enormen, positiven, schützenden Einfluss hat auf das Herz-Kreislauf-System. Und BAND ganz besonders gut wirkt bei Herzschwäche. Und diese Wirkung ist so stark, dass die Internisten, die Kardiologen, dann auch geschrieben haben und versucht haben, es durchzusetzen, und es sind auch Studien gemacht worden, dass die Kardiologen es jetzt auch Menschen geben dürfen mit Herzschwäche, mit Herzinsuffizienz, Menschen, die gar kein Diabetes haben. Also das ist einmal eine Nebenwirkung, die nimmt man mit Handkuss. Und das sind ja, die haben Menschen, also geht Herzschwäche langsamer weiter, vielleicht sogar ein bisschen zurück. Und auch die Nierenfunktion wird besser und nicht schlechter. Von daher ist es ein ganz, ganz wertvolles, neues Medikament, das wir auch Problem aus von der Krankenkasse bekommen in Österreich. Soll man überhaupt in Österreich die tollsten Sachen ja eh bekommen von der Krankenkasse. Nebenwirkung ist einerseits, dass wenn man das nimmt, man sich nicht schrecken darf beim Laberbefund, weil dann praktisch bei jedem Laberbefund Zucker im Haaren ist. Aber das ist dann nichts Böses, weil das hat uns am Anfang auch geschreckt. Weil ich bin damit aufgewachsen, Zucker im Haaren ist böse, 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 weil der zeigt, dass der Mensch in der Zeit, bevor er auf die Toilette gegangen ist, mit dem Blutzucker mindestens über 180, 200 war. Wenn ich aber die Schwelle, wo der Zucker ausgeschieden wird, heruntersetze, dann ist es klar, dass auch schon bei 140, 150 Zucker im Haaren erscheinen. Und insofern braucht man sich da nicht schrecken. Und das Zweite war, dass wir Sorge gehabt haben, wann im Haaren immer wieder Zucker ist, dass das vor allem bei Frauen mit der kurzen Haarenrache, die von den Männern ist ja viel länger, dass da vermehrt Infektionen kommen, Haarenwegsinfekte. Und das ist zumindest in den Studien nicht so, obwohl es immer wieder Einzelne gibt, die damit kämpfen. Und ich finde es bei Ihnen toll, dass Sie die Geschichte mit den Pilzen einfach durchgedruckt haben, die ersten drei Wochen. Ja, der Arzt hat mir gesagt, ich soll es wirklich probieren, zwei Monate lang und wann wirklich nicht zum Ausfall nicht ist. Aber es war nach drei Wochen ungefähr, war das weg. Das kommt auch vor, wenn der Haaren immer wieder Zucker enthält und bei der Frau, der halt nach hinten rennt, dass sie in der Scheide dann sich die Pilzlinge gefreuen, die sowieso immer da sind und die sich dann ausbreiten und ungut werden. Aber mit guter Hygiene bekommt man das meistens hin. Und jetzt noch einmal zurück zu der Geschichte mit dem Sodbrennen. Also das Problem ist nicht das eine ist. Das Ganze klingt natürlich danach, dass es nichts mit einer Ihrer Tabletten zu tun hat. Aber es gibt ganz selten auch Nebenwirkungen, die spät kommen. Haben Sie gute Zuckerwerte im Moment? Ja, eigentlich schon. Also nüchtern, so unter 150? Ja, ja, ja. Unter 130? So herum, also zwischen 98 und 135. Ja. Ich meine, Sie haben ja zwei, drei Medikamente gegen Zucker, das Combi und das Traienta. Sie können nicht so ohne weiter Ihre Blutdruckmittel weglassen, weil das tut dem Blutdruck gar nicht gut und man die auf einmal nicht mehr nimmt. Aber Sie haben, wenn Sie noch Messsteifern haben und wenn Sie selber den Verdacht haben, es ist dieses Medikament, ist es relativ wurscht, was ich glaube. Ich glaube, dass das nicht so ist. Aber Sie haben den Verdacht und es ist immer noch Ihr Körper, weil wenn Sie gute Zuckerwerte haben, können Sie es ohne weiter verantworten, dass Sie es einmal zwei Tage nicht nehmen und in diesen zwei Tagen extrem brave Diabetes-Diät essen. Das weiß eh jeder, wo es extrem brav ist. Auf gut Deutsch, Sie verwandeln sich in ein Kaninchen, passt eh zu Ostern und leben von Gemüse und Salat. Naja, und das machen Sie jetzt in der K-Woche, wo ein guter Christenmensch sowieso fastet. Dann können Sie die Osteriasen wieder genießen und schauen Sie einmal, ob da der Zusammenhang da ist. Aber wenn das Sodbrennen, Sodbrennen ist immer ein Anzeichen, dass Sie viel Magensäure haben, weil das ist ja das, was raufhält. Jetzt eine Zwerchfellhernie heißt ja, dass Ihnen die Magensäure besonders leicht zurückrennt. Und wenn diese vermehrte Magensäure wirklich von einem Medikament kommen sollte, dann merken Sie das am zweiten Tag spätestens. Und wenn es sich nach zwei Tagen nicht verändert hat, ja, dann nehmen Sie es halt wieder. Wie viel nehmen Sie denn? Und dann wird das Gleiche mit, also, du wirst zuerst einmal das Signadi absetzen, dann nach zwei Tagen wieder nehmen, wenn sich nichts geändert hat, dann ein paar Tage warten, dann nochmal die Osterfeiertage und dann will ich es mit einem Traenter auch noch probieren. Okay. Das können Sie ruhig sein, wir machen, wenn Sie gute Werte haben und wenn Sie nebenbei messen und halt schauen, dass sie nicht zu hoch gehen, aber das wissen Sie eh wahrscheinlich, wie Sie das in den Griff bekommen. Ja. Einfach einmal ausprobieren. Wenn das wirklich prompt besser werden würde, woran ich nicht glaube, aber es gibt immer wieder Sachen, die passieren auch, wenn ich nicht daran glaube, das soll vorkommen, dann müsste man sich überlegen, welches der Beinnis ist im Medikament drinnen. Es sind ja zwei Substanzen drin, das Metformin und das Yardians. Ja, genau. Und die gibt es ja beide einzeln auch. Ah, okay. Ja, und dann könnte man, also wenn es wirklich besser wird, ohne das Medikament, dem Kombi-Medikament, dann testet man raus, welches vom Bein ist, der der Ärger macht. Dann holen Sie sich, oder schreibe ich Ihnen gerne ein Rezept, dann holen Sie sich die beiden Einzelsubstanzen und dann probieren Sie es einfach aus, an sich selber. Okay. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja, bei Diabetes kommen Sie nicht drum herum, dass Sie Ihr eigenes Versuchskaninchen sind. Sie sind ein Versuchskaninchen für sich selber und ernähren sich wie ein Kaninchen, passt doch bestens. Ja. Ja. Es ist natürlich, wie viel nehmen Sie denn vom Pantolog, vom Pantoprozol? Vom Panto. 40 Milligramm einmal am Tag. Und jetzt da unsere Ärztin noch dazu verschrieben, eine Ulsal. Ulsal, ja. Ja, das muss ich erst nachnehmen so ein... Bei einer akuten Gastristis kann man das Pantop gut auch einmal eine Woche, zweimal täglich nehmen, das 40er. Das traue ich mich jetzt auch zu sagen, ich behandle hier eigentlich bei Internet nicht, aber das ist so ein Standard. Ja, ja. Das könnte man probieren auch. Ich meine, es klingt ja fast danach, dass da ein Passenkastrettis haben und, oder ein Morgengeschwür, wie ist es? Ja, ich denke halt, ich habe lange keine Fieber habe, aber wir müssen keine Fieber haben. Nein, 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 Gastritis tut weh und macht keine Fieber. Nein. Haben Sie recht viel Stress jetzt oder Sorgen? Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo viele Leute Sorgen haben und Sorgen machen auch mehr Morgensäure. Also, genau diese Morgensäure macht man jetzt zu, weil ich mir denke, hoffentlich hat die Bauchspeicheldrüsen nichts, dass ich da jetzt irgendwo eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hätte oder so, aber solche Schmerzen sind dann auch wieder. Ich habe das auch nie gehabt. Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung macht eigentlich nicht so zu brennen. Okay. Ja, aber da haben Sie eh den Ultraschall relativ bald und noch einmal eine Blutabnahme auch, nehme ich an. Ja. Ja, relativ bald. Genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, Stress macht natürlich auch mehr Salzsäure. Und Sie haben ja gesagt, ein bisschen haben Sie damit ja schon immer wieder zu tun. Ganz fremd ist es Ihnen ja nicht. Da ist ja die Frage, wie schaut es bei Ihnen aus beruflich, wie schaut es bei Ihnen aus mit, hinten verbettet, da decken die Lampen, wie schaut es bei Ihnen aus beruflich, wie ist es mit der Familie, sind da Leute arbeitslos geworden, ist da irgendwas, was Ihnen Sorge macht? Das müssen Sie jetzt nicht antworten, mehr zu nachdenken. Ich bin eigentlich weder in Kurzarbeit noch sonst was, sondern Systemerhalter, aber ich darf daheim arbeiten, ich darf meine 40 Stunden daheim abarbeiten, was mich eigentlich entschleunigen sollte, aber es ist so eine massive Lebensveränderung, so etwas zu machen, irgendwie. Huchte ich jetzt wirklich blöd an? Nein, es huchte sich gar nicht blöd an. Es ist einfach anders, es ist rundherum natürlich eine Menge, was uns allen wahrscheinlich Sorgen macht, was Schüler betrifft. Und tu uns das jetzt nicht kleinreden, der Übergang ins Homeoffice, vor allem, wenn es am Service auch gedruckt wird, von einem Tag am anderen, das ist nicht einfach. Das wissen wir alle, also ich arbeite jetzt ja auch, ich habe noch meine Ordination und einen Job bei der Caritas, wo ich am Montag ganz tags beschäftigt bin und Dienstag auch, aber den Rest der Woche arbeite ich zum Großteil zu Hause. Und es ist eine Riesenleistung und es ist nicht einfach, sich die Arbeitsstunden zu legen und vor allem tendiert man dann dazu, dass man acht Stunden auf Hochdruck arbeitet, was man im Büro nämlich in Wirklichkeit nie tut. Da gibt es eine Pause und da reit man mal mit wem. Ja, es ist nicht so leicht. Ja, wobei, ich sage, meine Chefin reagiert da wahnsinnig gut, sie hat uns jetzt einen Block reingestellt von einer Stunde jeden Tag und hat gesagt, sie besteht darauf, dass wir in der Stunde nicht arbeiten. Ja, da macht sie das gut. Aber sie merkt, dass wir durcharbeiten, das will sie nicht. und das ist auch etwas, ganz generell, also wir sind immer weg vom Diabetes-Thema, weil es macht nichts, das ist für alle wichtig, die in Heimarbeit gehen, weil sie kennen das wahrscheinlich, sie setzen sich zum Computer, fangen hochmotiviert an, dann lasst halt die Motivation nach und normalerweise steht man dann auf dem Büro und geht zum Drucker, zum Nachbarn, zu irgendeiner Ablage, was weiß ich, redet ein paar Worte und kein Mensch arbeitet im Büro, außer die, die wirklich unter Druck sind, jetzt weil ich böse E-Mails kriege. Aber die meisten arbeiten nicht auf Volldampf, die acht Stunden durch, das ist auch nicht wirklich menschlich. Und wenn man im Homeoffice zwei bis drei Mal am Tag 90 Minuten in voller Konzentration schafft, dann ist man schon wahnsinnig gut. Und das schaffen nicht viele. Und vor allem, die meisten fangen dann an, dass es doch ein bisschen langsamer wird, dann schafft man dazwischen ein paar private E-Mails, dann geht man auf Facebook und die Zeit verfliegt und nachher ist irgendwie nichts weitergegangen. Wobei das Homeoffice für die Ernährung ja super ist. Weil es man kochen kann. Da haben wir die Ruhe, da haben wir die Lebensmittel daheim und da ist ja eigentlich fast nur gute Sachen. Das ist einfach ein großer Vorteil. Vielleicht haben Sie das auch ein bisschen radikal umgestellt. Das habe ich auch schon gehört. Das kann auch Ärger machen. Das kann auch Ärger machen. Also ich denke mal, dass es eher auf die Schiene geht. Aber es ist auf jeden Fall gescheit, bevor man es der Psyche umhängt, ist bei sowas immer gescheit, einmal zu schauen, ist das was Körperliches. Ultraschall machen, die Blutabnahme wiederholen mit der Lipase, das Panto eventuell ein paar Tage zweimal nehmen und wenn Sie dann noch immer glauben, dass das sind ja die Schuld ist, lassen Sie es weg. Zwei Tage, Sie haben ein Messgerät, schauen Sie nach. Ja? Ja. Okay, herzlichen Dank, Frau Doktor. Alles, alles Gute. Ich lege auf und alle, die ich jetzt abgewirkt habe, können jetzt anrufen, weil sonst bimmelt es bei mir die ganze Zeit. Irgendwo gibt es SMS, aber das schaue ich mir jetzt nicht an. Das Telefon ist wieder offen. Zwei Leute haben mir angerufen und haben mir eine Nachricht hinterlassen. Also das schaffe ich jetzt nicht, dass ich in meine Mailbox gehe. Das möchte ich nicht machen. Ich weiß, dass ich jetzt zwei Gespräche zwischendurch abgewirkt habe, weil ich hätte es vielleicht in der Leitung lassen sollen. Das mache ich das nächste Mal. Ich bin noch kein Profi mit diesem ganzen Zeug, mit dem Telefonoffice. Ja, es ist halb sechs. Da schreiben ein paar, mir geht es damit auch nicht gut. Bin von einem Tag auf den anderen dazu gezwungen worden, zu Hause zu bleiben. Mit einer DIN, mehr kann ich nicht lesen, kann ich auf mehr Anzeigen klicken oder passieren jetzt böse Dinge. Mit einer Dienstfreistellung. Ja, das ist das Thema Dienstfreistellung unter Corona. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, der Herr Mader, Sie schreiben mit vollem Namen, deshalb darf ich es auch im Video erwähnen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich mich da ziemlich reingekränkt habe in das Thema. Vor drei Wochen, wie die Ausgangssperre oder der Lockdown gekommen ist, da war ja dieses erste Wochenende. Und ab Montag war es also klar, die Geschäfte haben zu und nicht mehr die Lebensmittelgeschäfte offen und so weiter. Sie erinnern sich alle. Und an diesem Wochenende habe ich zuerst 17 und dann mit Montag waren es weit über 20 E-Mails bekommen von Menschen, die erzählt haben, dass sie einer extremen Risikogruppe angehören und dass aber ihr Chef, ihre Chefin verlangt, dass sie arbeiten können. Und das waren Menschen natürlich mit Diabetes, weil es mir geschrieben haben, aber da waren Leute dabei mit schweren Lungenkrankheiten, mit einer CPD-Stadium 3, die so mehrmals am Tag ihr Spray gebraucht haben, wobei bei Corona ja die CPD gefährlicher ist als ein Asthma. Ein gut eingestelltes Asthma ist ganz was anderes als ein CPD-Stadium 3. Da waren Leute dabei, der eine, den wir nicht vergessen, ein Bauarbeiter, der auf einer Art Hebebühne arbeitet, die hat einmal beschrieben, ein ganz kleiner Platz mit dem Kleider halt rundherum, immer mit einem zweiten, weil es irgendeine Arbeit war, die man eben nur zu zweit machen kann. Und die sind in Körperkontakt. Und die halbete Mannschaft hat geküsst und genießt. Und er hat aber zwei Herzinfarkte und ich glaube, ein Dreifach-Bypass hinter sich gehabt und eine PAVK, also eine Krankheit in den Beingefäßen. Und ich meine, ein Diabetes, der noch dazu schlecht ist, eingestellt war, das ist jetzt überhaupt nicht das Thema hier, dem sei Diabetes, sei es nicht mehr Patient. Und manche Leute sind halt nicht gut eingestellt und jetzt live, das ist die Wirklichkeit da draußen. Und wenn der nicht Risikogruppe ist, bitte wer dann? Und der wurde nicht freigestellt. Und da waren ein paar so ganz, ganz ähnliche Geschichten oder auch Leute vom Bau, die irgendwo auswärts gearbeitet haben, die gesagt haben, das ist mit dem zwei Meter Abstand, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Wir fahren mit dem Mannschaftsbus hinaus. Oder wir haben einen Container, wo wir uns reinhocken müssen zum Mittagessen, wo es heißt, zwei Meter Abstand, Leute. Vergesst es einfach. Und eben auch Leute mit teilweise ganz, ganz ernsthaften Vorerkrankungen. Und da habe ich dann eine Umfrage gestartet über das Internet und habe innerhalb von ein paar Stunden 280 Antworten gehabt mit Zitaten von Chefs und habe versucht, die dann auch weiterzugeben an die, ich habe es auch geschickt an die beiden politischen Regierungsparteien, an die ÖVP und an die Grünen und habe eben versucht, das Thema ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ich habe dann auch sehr viel Kritik geerntet, weil es auch ganz, ganz viele Diabetiker gibt, vor allem aus der Selbsthilfeszene und die einfach sagen, ich will unbedingt arbeiten und ich lasse mir das sicher nicht verbieten. Und gerade von den Typ 1ern, die oft als Kinder schon sehr viel mit dem Spitalsystem zu tun gehabt haben und auch die Faszination von der Medizin erlebt haben, sind recht viele Krankenschwestern, auch auf Intensivstationen und Ärzte. Und die lassen sich sicher ihren Beruf nicht wegnehmen. Also das, was jetzt geplant ist, dass es letzten Endes der Hausarzt mit dem Patienten entscheidet, aber dann auch doch eine Freistellung hoffentlich ausgesprochen werden darf, finde ich eigentlich, ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung. So, mein Telefon ist offen. Zwei Anrufe zwischendurch habe ich leider nicht in der Leitung lassen, sondern bösartig rausgehaut, weil ich auf den roten Knopf gedrückt habe. Das heißt nicht, dass ich mit Ihnen nicht reden will, das heißt nur, dass ich Sie rausgehaut habe. Also wenn einer von den beiden noch jetzt anrufen mag, dann gerne. Sonst höre ich so circa in fünf Minuten auf. Also Sie haben fünf Minuten noch Zeit, dass Sie sich melden und dass wir noch schnell ein Diabetes-Thema ansprechen. Da schreibt eine, wir haben im Homeoffice Stress hoch 10 ohne Pause. Ja, das ist natürlich die Frage von Homeoffice und Homeoffice. Und wie wir gesehen haben in dem Beispiel von der Frau, die angerufen hat, gibt es halt auch Chefs, die sehr schauen auf ihre Mitarbeiter, die auf die Pausen schauen und so weiter. Das ist halt nicht immer so, wie es halt auch im, sage ich einmal, normalen Leben solche und solche Chefs und solche und solche Arbeitssituationen gibt. Aber das ist generell in der Krise, ich habe mit sehr vielen Diabetikern zu tun und das ist etwas, was ich halt eh noch einmal anbringen wollte. Das ist etwas, was mich generell sehr überrascht hat, wie unterschiedlich der Zucker reagiert, auf diese Situation, aus dem Beruf genommen zu sein, ins Homeoffice geschickt worden zu sein oder dass sich halt alles ändert und dass er nicht bei jedem schlechter wird, sondern bei manchen Leuten auch noch besser wird. Ja, was machen wir mit der verbleibenden Zeit? Hat irgendwer eine Idee? Schreibt mir was, ruft es an, lassen Sie uns mal schauen, was da alles steht. Ah, Eva, hallo, eine liebe Kollegin ist dabei und hört zu. Das ist ja fein. Was steht denn da noch? Okay, ja, da sind eigentlich keine konkreten Fragen mehr dabei. Ja, das hat um sich, ah, da schauen noch, ich weiß nicht, wir gar nicht wissen, weil da alles zuschaut, dann kriege ich ja sofort die Krise. Noch ein Nachtrag zu der Patientin gestern und vorgestern, die hat ja zweimal angerufen, die so Probleme gehabt hat mit ihren Mischinsulin, die hat mir heute in der Früh eine Facebook-Privatnachricht geschickt und ich darf es auch zitieren, dass das der Nüchternzucker super gut war. Ja, also sie einfach super gut aufgepasst hat am Abend. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Okay, wenn jetzt keiner mehr anruft und wenn wir das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen, danke, dass eine von Ihnen so mutig war. Wir machen das auf jeden Fall morgen wieder. Ich freue mich über jeden, der anruft und für den Fall, dass keiner anruft, werde ich mir wieder irgendein Thema überlegen. Ah, es biebelt. Na schau. Du seinig? Tun Sie das? Sie tut noch Ihr Internet abschalten? Ja? Ja, Ah ja, mit zwei Handys, das ist schwierig, ja? Nicht das falsche abschalten? Okay, okay, stopp, stopp, ich nehme Sie auf Raumlautsprecher, ab jetzt können alle zuhören, gut? Okay. Also, ich versuche mutig zu sein. Sie sind mutig? Ich bin keine große Rednerin. Erzähl uns, was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich wollte einfach nur eine Beobachtung schildern, wegen dieser Metformin-Geschichte. Okay. Also, ich habe vor einem Jahr, im April 2019, eben zweimal 850 Metformin genommen und habe das eben nicht vertragen, also ich habe Heißhungertagen gekriegt, Durchfall, Verstopfung, alles gleichzeitig, ja? Und, dann habe ich ja lange nichts genommen, habe sehr hohe Werte gehabt und jetzt habe ich eigentlich die zweite Woche, dritte Woche, also zwei Wochen jetzt, zwei, äh, nein, zwei Wochen einmal 500 Metformin und jetzt habe ich die erste Woche mit zweimal 500 Metformin. Und? Ja. Naja, es geht langsam runter. Wie geht es Ihnen mit den Nebenwirkungen? Gut, gar nichts. Ja. Und das ist das Tolle. Also, ich wollte sagen, ich fühle mich gemütlich und das ist ein herrliches Gefühl. Ich meine, es ist so, dass ich vom Hunger her gedämpft bin. Schön. Ich mag eigentlich nicht großartig was essen. Schön. Passt das für Sie? Ich fühle mich einfach gut. Passt das für Sie? Nein. Passt das für Sie? Ist das für Sie angenehm? Ja, ist okay. Das Einzige, was ich gehabt habe, war die Domea-Mahnsäure. Also, das habe ich gehabt. Also, irgendwie ein bisschen, aber das kann auch sein, weil ich durch den Stress, ich war das mit dem Stress hoch 10, irgendwie durcheinander gegessen habe oder Konserven gegessen habe zu Brunengulasch oder irgendeinem Zorz. Ja, Brunengulasch. Aber, ja, es war schlimm. Aber, ich habe jetzt versucht, praktisch, mich wirklich nicht darauf zu konzentrieren, dass ich wirklich koche, dass ich regelmäßig esse und dass ich ab 17 Uhr nichts mehr esse. Das ist wirklich toll. Und ich muss sagen, das Tolle ist, also, ich habe mich schrecklich aufgeregt im Homofit und die Werte waren grauslich, ja, und ich habe seit einer und seit ein paar Tagen beschlossen, mich nicht mehr aufzuregen, egal was ich, und die Werte sind jetzt konstant. Langsam besser. die waren 270 oder so, oder 250 und das sind jetzt schon ein paar Tage 236 nüchtern. Und, ich meine, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig großartig. Es ist nicht wahnsinnig großartig. Es ist nicht wahnsinnig großartig. Nein, nicht wirklich. Also, da werden Sie auf Dauer etwas dazu brauchen. Bitte? Ja, also, das klingt natürlich alles wirklich gut, nur bitte 230 nüchtern ist noch immer nicht toll, aber es ist schon einmal besser. Und ein Prinzip ist ja, solange es besser wird, können Sie bei der Medikation bleiben. Bei Medformin ist es ja so, dass man prinzipiell mit maximal 500 Milligramm anfängt und nicht mit mehr. Auf gar keinen Fall mit 2x8,50. Das vertragt man einfach am Anfang nicht. Die Medformin-Story, die ist ja eine relativ lange Story, nur ganz jetzt kurz, vielleicht hat noch einmal jemand ein Problem mit der Medformin, dann können wir da mal heute Zeit nicht mehr, dann können wir es einmal in epischer Breite besprechen. Aber eine Wirkweise von Medformin ist es ja, dass es die Aufnahme der Kohlenhydrate aus dem Darm ins Blut verzögert und dann tut sich die Brauchspeicheldrüse leichter, wenn die Orbit kleinweise daherkommt. Das ist die positive Sichtweise. Das klingt ja ganz nett und vor allem harmlos. Andersrum gesehen, was macht ein Kohlenhydrat, das im feuchten, warmen Darm liegen bleibt, länger? Was macht der Zucker, der es warm und feucht hat? Nein, der gärt. Was soll er sonst tun? Das kann jede Menge Beschwerden machen, und Medformin ist ja ein Medikament, das indirekt wirkt, auf eine sehr elegante Weise. Das Beste an Medformin ist ja das, was es nicht macht. Das Medformin geht nicht zur Bauchspeicheldrüse und treibt sie nicht an, mehr Insulin zu machen. Mehr Zucker, ich bin auch schon. Bauchspeicheldrüse macht bitte Insulin, nicht Zucker. Nichts der Zuckertante glauben. Also, es war Versprecher. Also, Medformin verzögert die Aufnahme der Kohlenhydrate vom Darm ins Blut, es geht nicht zur Bauchspeicheldrüse, es macht nicht mehr Insulin, und ein Hypo kann man nur kriegen, wenn man zu viel Insulin hat, also kann Medformin kein Hypo machen. Und die Hauptwirkung von Medformin ist, es stimmt zur Leber und bremst dort die Zuckerproduktion. Weil die Leber ist ja bestrebt, aus allem und jedem Speicherzucker aufzubauen. Die hat ja 100, 150 Gramm Zucker gebunkert die ganze Zeit, die sie ins Blut fließen lässt, wenn wir einmal ein paar Stunden nichts essen. Das überlegt sich ja kaum wer. Es hat niemand null Zucker im Blut, aber der Körper braucht ja die ganze Zeit was. Und man kann ohne weiteres am Tag nichts essen. Wo kommen denn diese 80 bis 100 Zucker her, die er gesünder hat? Das ist lauter Zucker von der Leber, der ins Blut rinnt. Und das Medformin geht zur Leber und sagt dir, liebe Leber, du brauchst nicht so viel aufbauen, wir haben eh genug. Und dadurch bringt dann im Endeffekt weniger ins Blut und die Bauchspecheldrüse tritt sich leichter. Und die Arbeit kommt kleinweise daher. Das sind die Riesenvorteile von Medformin, da gibt es noch ein paar. Aber das Problem ist halt, dass der Darm sich daran gewöhnen muss. Und dass doch über 10% der Leute am Anfang ernsthafte Beschwerden haben. Und deshalb gibt man immer eine 500er oder halt meine Dinge eine halbe Tausende zum Anfangen. Einmal täglich. Es gibt natürlich Kollegen und Ärzte, die sagen, Jösses, die ist so hoch mit dem Zucker, da kann ich nicht mit einmal 500 anfangen, der muss ich ja zweimal 1000 geben. Ja, aber das ist Quatsch. Ja, habe ich mir auch gesagt, aber er hat es mir nicht geglaubt. Weil wenn, weil wenn der Zucker so hoch ist, wie bei Ihnen, dass man ja eigentlich mit zwei Medikamenten anfangen muss, das Vorschrift sagt ja bei H1C über 9 und das müssen sie haben mit den Werten, muss man mit zwei... Da war er 8. Wie viel? 8 war er damals. Im April. Aber jetzt nicht mehr. Nein, jetzt ist er 9. Da kriegen wir was zu. Also bei H1C über 9 beginnt man prinzipiell immer mit zwei Medikamenten. Gleich am Anfang. Und mehr Methamin bringt nichts, da wäre es gescheiter gewesen, von Anfang an was Zweites dazu zu tun. Aber wahrscheinlich werden Sie da auf die Barrikaden gestiegen. Egal. Ich habe das letztlich auf mich gehört. Man fangt dann normalerweise gleich mit zwei Medikamenten an, also mit einem zweiten dazu. Und das Methamin wird langsam aufdosiert, wenn man so hoch ist. Und normalerweise fängt man mit Methamin an, 500 Milligramm einmal täglich. Ich gebe es immer zum Frühstück aus der Überlegung heraus, dass die meisten Menschen am Vormittag ziemlich aktiv sind. Da tut man arbeiten, da tut man einkaufen gehen, da tut man Haushalt machen, was auch immer. Da tun alle was. Und ich denke mir immer, manche geben es nicht mehr auch vor dem Abendessen das Erste, aber ich denke mir immer, am Vormittag sind wir alle in Action. Wenn man es am Abend gibt, und dann nachher vor dem Fernseher sitzt, nach der Nacht mal, hat man viel mehr Gelegenheit, auf seinen Bauch hier aufzupassen, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen wehtut und krummelt, was vielleicht in einem hektischen Alltag eh untergeht. Leichte Beschwerden. Von daher gebe ich auch immer zuerst einmal 500 in der Früh. Und die Zieldosis von Methamin sind 1000 in der Früh und 1000 am Abend. Das ist die normale Dosis, die auch gut wirkt. Und ich habe also weder Zeit noch Lust, mit Patienten zu reden über halbe Tabletten Methamin. Und vor allem ist mir so wichtig, dass ein Diabetiker, eine Diabetikerin, von Anfang an sich den Zucker selber einstellt und lernt, auf den Körper zu hören. Das heißt, ich sage immer, Sie nehmen eine 500er in der Früh, mindestens fünf Tage lang, besser eine Woche, und wenn ihr Bauch bis dorthin gar keinen Ärger gemacht hat, oder wenn Sie am Anfang etwas gespürt haben, aber jetzt ist schon ein paar Tage ganz gut, wirklich ganz gut, dann nehmen Sie die zweite 500er am Abend. Dann nehmen Sie auch 500er in der Früh, nein, 500er am Abend. Dann beginnt das Spiel von neun. Mindestens fünf Tage auf der Dosierung bleiben, sieben Tage, bis Sie wieder nichts mehr spüren, und dann versuchen Sie es 1000 in der Früh, 500 am Abend, warten wieder, ob Sie es gut vertrauen, und dann 1000 und 1000. Und dann fünf Tage, weil ich habe schon eine Woche hinter mir mit zweimal 500. Naja, da kommt drauf an, wenn Sie gar nichts spüren im Bauch, dann probieren Sie es mit 1000 in der Früh und 500 am Abend. Okay, merke ich mal. Und das ist der interessantste war, mit dem zweimal 850, Ich war ja binnen zweieinhalb Wochen von 250 auf 114, beziehungsweise 90 herunten. Ich war ja herunten, deshalb denke ich mir, das wirkt ja auch. Ja, aber das war zwei Jahre früher, inzwischen ist die Diabetes auch weitergegangen. Das wird jetzt die nächste Frage, ob das Metformin ausreicht, oder das werden wir schon sehen. Das heißt, ich würde sagen, Sie machen einfach jetzt mit 1000 in der Früh weiter, und 500 am Abend. Wenn der Bauch anfängt, sich aufregen, wenn es harmlos ist, wenn es nur ein bisschen ist, dann sitzt man es aus und wartet halt vielleicht 10 Tage, sodass Sie wirklich 3, 4 Tage, 4, 4 Tage vielleicht, ganz beschwerdefrei waren, bevor Sie dann den Schritt gehen auf 1000 und 1000. Und wenn Sie 1000 und 1000 gut vertragen, dann schaut man dem Zucker weiter zu, wie er runterkommt. Und entweder, so wie Sie sagen, wird er dann eh schön, Heureka, wunderbar, dann sind Sie mit dem ältesten, harmlosesten Medikament perfekt eingestellt. Oder er geht nur bis zu einer gewissen Grenze runter und bleibt dann hängen bei 150, 180 nüchtern. Und dann warten wir noch eine Woche, 9 und 9, aber es wird irgendwie nicht besser. Dann steigt man auf ein Kombipräparat, wo die 1000 Metformin drin sind und wo noch was dazu gerührt ist, so wie das, was die Dame vorher hatte. Der Vorteil ist, dass man dann nicht mehr Tabletten schlucken muss. Möchten Sie sich einfach... Möchten Sie sich... Möchten Sie sich Ihre Tat 500 hat, dass ich in der Früh zwei nehme und am Abend eine. Genau. Das ist kein Problem. Und wenn Sie es gut vertrauen, dann wird man natürlich auf die 1000 umsteigen, weil die zwei großen 500 ernehmen, das ist nicht so wahnsinnig lustig. Nein, das ist schon nicht klein. Das ist kein Problem. Und ich habe ja Gefühl, Gott. Okay, okay, okay. Und weiß ich also warum, ich wirklich an die Metformin glaube, ist es ja, dass es ja vor einem Jahr mit dieser Hammer-Tosis ja, ich habe mich schnell runtergekommen, er hielt auf 114. Ja gut, da war es ja noch mal so schlecht, dass Sie nichts am hellsten können. Wir werden es ja sehen. Nein, es war umgekehrt. Ich habe gegessen, voll normal, und dann habe ich zurückgegeben, dass ich mir das ganze Wurzeln vermessen. Ja. Das war das Wurzeln. Ja, das war das Wurzeln. Ich habe kein kleines Gefühl in meinem Magen gehabt. Also, mein Magen war gar nicht da. Ich habe nichts gespielt, dass ich einen Hunger hätte. Also, dass ich fast bin. Ich habe immer mehr Hunger gehabt. Ja, es ist das flaue Gefühl im Magen, was man dann als Hunger wahrnimmt. Ja, das kenne ich. Also, wie gesagt, auch für alle anderen, die zuhören, und für die, die sagen, ich meine, ich finde das ja mutig von Ihnen, dass Sie es noch mal probieren, aber auch für die, die sagen, Metformin, das habe ich vor Jahren probiert, das habe ich nicht vertragen. Es ist so ein wertvolles Medikament. Es macht Ihnen der Sinn, dass man es noch mal probiert. Und was ich manchmal auch mache, wenn die 500 auch nicht gehen, ist, man kann Apotheker bitten, das kann man aufs Rezept schreiben, muss man auf Latein schreiben, das ist so üblich, dass er Kapseln macht, wo vielleicht nur 200 drin sind. Das machen Apotheken, ich meine nicht in Zeiten wie diesen, jetzt will der Apotheker gehen und sagen, mach mir mit Forminkapseln per Hand. Aber die meisten Apotheker machen das richtig gern. Also mein Lieblingsapotheker, der leider nicht mehr die Apotheke führt, der hat aufgehört, wie es am schönsten war, hat er gesagt, der hat mir einmal gesagt, ja, sowas mache ich gern, ich habe nicht Pharmazie studiert, damit ich Schachteln verkaufe. Und dem konnte man zum Beispiel Rezept schreiben, nimm bitte eine Packung 500er und mach daraus die doppelte Menge Kapseln mit 200 oder 250. Das kann man machen, zahlt die Krankenkasse problemlos und dann kann man ganz sanft noch einmal einsteigen. Das ist auch manchmal eine gute Möglichkeit. Ich habe ja die hohen Werte ja nur, weil ich ja siemeinhalb Jahre nichts genommen habe. Ich konnte mich sehr lange kreisen. Ich habe das erste Mal, dass ich Medikamente nehme. Ja, ja. Sie sind so eine, die nicht rasend begeistert ist von Medikamenten. Aber ich darf schon bemerken, dass Sie die hohen Werte haben, weil Sie Diabetes haben. Und das ist der normale, jetzt werden wir jetzt ein bisschen ernster werden, das ist ja der normale Verlauf der Krankheit, wie es war, bis 1922 das Insulin entdeckt wurde. Es hat ja nichts gegeben. Die ersten Tabletten sind in den späten 50er Jahren gekommen, lang nach dem Insulin. Das heißt, die Leute haben ja, das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen, die Leute haben ja 200, 300, 400 nüchtern aushalten müssen, mit dem Stressgefühl, das da mitkommt, mit der Depression, mit der Müdigkeit, mit der Schwäche, mit dem Riesenrisiko natürlich, dass sich die Gefäße verkleben. So lange ist es noch nicht her, dass wir es behandeln können. Mein Vater hat 1985 Blutzucker gekriegt mit 350. Ich weiß aber nicht, wer die Tabletten gekriegt hat, aber er ist letztendlich beim ganz schlimmen Arterienverkalkung verstorben. Das war schlimm, er hat 15 Schlaganfälle gehabt. Also irgendwie ist es eine fürchterliche Krankheit. Es war eine fürchterliche Krankheit und wir können sie jetzt so gut behandeln, dass eigentlich die ganz, ganz überwiegende Anzahl von Diabetikern zumindest brauchbare, nicht unbedingt alle perfekte, aber die meisten kriegt man doch ein H1C deutlich unter 8 hin, bei vielen auch unter dem berühmten Sim 5, wenn man sich darum kümmert. Und es ist halt schon auch ein großes Geschenk, dass wir in einer Zeit leben, wo das alles möglich ist. Genau. Ja. Wo man der Abitur... Okay, ich habe doch vor, jetzt das durchzuziehen. Ich habe das vor, das durchzuziehen. Ich bin jeden Abend um 5 da. Melden Sie sich einfach in einer Woche wieder. Dann habe ich wieder Wende anruft. Okay. 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 Passt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sehen Sie, so einfach geht es. So. Ich habe immer gesagt, ich mache eine halbe bis dreiviertel Stunde, weil Facebook auch länger nicht sehr schätzt. Es ist heute wieder deutlich länger geworden. Ich sage jetzt gar nicht mehr viel dazu. Ich freue mich jetzt schon auf morgen. Ich muss morgen allerdings, ich fahre raus zu meiner anderen Arbeitsstätte. Ich komme zurück. Ich nehme an, dass ich 17 Uhr einhalten kann. Das habe ich auch 17 Uhr gemacht. Das geht sich eigentlich immer aus. Aber es ist nicht ganz, ganz, ganz sicher. Ich werde wieder kurz vorher ein Posting schreiben, dass ich online gehe. Danke für alle, die zugeschaut haben. Ich habe das ein bisschen im Auge behalten. Es waren teilweise über 30 und das dann am Sonntagabend. Finde ich ganz, ganz großartig. Ich bin inzwischen draufgekommen. Das hat mir den Vormittag gekostet, statt dass ich Buchhaltung gemacht hätte. Ich bin inzwischen draufgekommen, wie man das von Facebook runterladen kann und bei YouTube hochladen kann, sodass wir da auch einen YouTube-Channel draus machen können. Falls das irgendwer mal nachsehen will, keine Ahnung. Da können auch noch andere Videos dazukommen. Okay, bis morgen. Wer Fragen hat, morgen geht es weiter unter dieser Telefonnummer. Das Handy ist ab 17 Uhr für Sie offen. Und für heute alles Gute. Ich verabschiede mich. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Auf Wiederschauen. Also geht es ab. Also geht es ab. Und das ist die Zuckertante grüßt.